In der Bibel her, Daniel, Kapitel 3, von dem Tag oben. Daniel als ein Mann, als ein Jung, eigentlich, wird mitgenommen von dem babylonischen König in Zinnesaldote. Das erste Mal, was er Jerusalem annahm, und er kam noch zweimal aus. Einmal kam er acht Jahre aus, damit er das mitbedeigte, alle vernechten. Das dritte Mal, dann brennt er Zemea ganz doll und verbruikt das. Aber Daniel wird mitgenommen und seine drei Freunde. Und wir sehen, dass er ein Jung, das da stehen bleibt. Von hier, auch, können wir sein, landen, eng allein wird, seine Älter wird nicht dort, und seine wird angehen. Aber wir sehen, dass er bleibt stehen. Er kam mir fest, dass da ein Tempel, oder wie können wir sagen, im Tempel, aber in den Polen von Nebuchadnezzar, würde es dann viele Versuchungen gewesen sein. Er ist ein Junger, Jung, höher eingestellt. Er kann sich fest, dass er alles, was er da will, wieder einmal haben. Und er ist ein Junger, und er ist ein Junger, und er erklärt, dass er seine Geschichte gewartelt hat, und er ist ein Grund, wer Gott wird, und was er hat wird. So wie er sagt, er ist beständig, und er ist voll vollkommenheit. Vollkommenheit bedeutet nicht, dass er vollkommen ist, aber das bedeutet, dass er in seinen Charakter wird. Und er bleibt stehen, dass er sein soll, und wenn er auch Versuchungen wird. Wir sehen uns fest, dass Daniel nicht der Einzige, dass er seine Fremdworte wird, und er wird auch viel mehr, wie weit es sind, mehrere Düsende Menschen, die mitgenommen werden. Und er kann mich fest, dass Daniel sich nicht aus dem Fuß genommen hat. Ich kann mich feststellen, dass Menschen mit der Fremdworte in Babylon und sie haben sich eingetellt, aus Fuß zu nehmen. Sie haben vielleicht nicht so viel von sich gemerkt, sie haben immer so sehr gecheckt, und sie haben nicht gewonnen, wie es dann alles zu tun wird, und gewonnen, dass er die Fremdworte in sich berichtigt, wenn sie nicht behalten, aus Fuß zu nehmen. Aber wir sehen das nicht von Daniel. Wir sehen, dass er sich nicht als nutzbar ist. Meine Frühen, wenn ich Jahre träge, würde ich nicht mehr träge nach Kanada für ein Jahr und eine Zeit lang. Und wir hören, dass wir manchmal das nächste Schöne gingen. Und ich sehe meine Frühen, wir würden die Hand fahren, und wir würden das Baste machen, und wir würden nicht reichalten. Wir würden eine gute Zeit haben, und das wäre eine sehr gute Zeit von einem Jahr. Und wenn wir uns an das Thema stellen, das wäre eine Zeit, die wir überprüfen würden. Und das wäre dann das, dass Daniel eins bet 就是. Aufmerksamkeit auf dem Motto zu werden, dass ich ihn beteite, dass ich was, dass ich mich anbetetente, dass ich mich nicht bemerkei habe. Und so dass ich nicht bemerkei war, dass ich nicht bemerkei war. Dann ist dort, dass ich nicht lebe, weil ich nicht erlebe, wo ich viele Jahre imregistreite, dass ich so lange mich behörte. Ich glaube, dass ich keine Smaß habe, dass ich mich nicht untertämpiere. Da wird halbwegs leicht, dass Menschen angebracht werden, drei Tage, und in so einer Hüge angestellt werden. Wenn er viel aufgannst, viel mehr, und die Menschen werden angebracht, wir sehen das in Daniel, das wird aufgannst, sie wollen ihn anbringen. Und so, dass Daniel als Lebe bleibe und all durch die Tage, das sagt wer, wer er wird. In einem vergangenen Kapitel sei wieder Daniel, der den Chinese Nebuchadnezzar, seinen Dramm ütlehe, und Daniel wird nabgesagt. Aus einer wird, er wird die ganze Distrik von Babylon, den Hauptreger. Und von vier Kapitel, bis das Kapitel, sind 20 Jahre vergangen. Wir checken mal von den Bibel, wir drehen ein Kapitel oder der nächste, und wir denken, dass er nicht wieder ist, nicht das. Aber wir sind in Kapitel 2, Kapitel 3, sind 20 Jahre. So, wir sehen, dass Daniel und seine drei Freunde sind nicht mehr 15 Jahre alt. Die sind vielleicht 35, oder vielleicht sogar mehr als 40. Wir wissen nicht, wie alt die sind, aber da sind nicht mehr ganz junge Männer, die bis 15 Jahre jünger sind, die sind 20 Jahre erst vergangen. Und, um, Nebuchadnezzar hat sich ein paar Jahre jünger, die sind 20 Jahre jünger, die sind 20 Jahre jünger, und er denkt über das. Und wir wissen nicht, was er erst durch den Kopf ging. Vielleicht hat er angefangen zu denken, dass vielleicht wird einmal Sesswerkraft. Er denkt auch, vielleicht wird er im Traum sein, dass er wieder ein Kap von Gold, und nun kommt er selber, kommt ein anderer König, und nur dort. Und er branst nach einem anderen König, und dann eben das Bein. Vielleicht hat er immer Angst, dass er ein anderer König kommt. Er muss mal dort wissen, dass er ein König wird. Und er wird sich in Gestalt machen, und die Menschen sollen das anbieten. Und vielleicht hat er gedacht, dass er verlor, und weiß, seine Kraft, dass er ein König ist. Und er versucht, anzufressen, dass er ihm das, was er gerne hat. Wir wissen nicht, was er immer gleich dargedreht, ob er kommt, oder er sich in Gestalt fühlt, was er in Gleichnis wird von sich selbst. So, dass er nicht bloß in Gestalt, sondern er wird in Gleichnis von sich selbst. Und das soll angebeten werden. So, er sagt in Vers 1, Und er sagt, Und das soll nicht alles, Und das soll nicht alles, Und das soll nicht alles. Also es soll nicht alles hoch, Und nicht alles, Und das soll nicht alles. Und wir sagen nicht, Wir sagen nicht, dass zweimal das soll saß. Das ist eine saß, Saß dich, Und saß. Und wenn wir nur die Bibel checken, Wir sagen nicht, Das Nummer saß wird gebrannt, Das soll, Was ein Mensch vergleicht, der Mensch wird verglichen mit der Nummer saß, Gott als Seben, Mensch als Saß. Aber wie sehen die Soten? Wird auch manchmal verglichen oder wird gebrückt, die Nummer saß. Zum Beispiel in Daniel Kapitel 3, 10, sehen wir, Daniel brückt die Soh, saß, saß, saß für den Soten, oder für den Wiederkrist. In St. Nebuchadnezzar ist ein Bild eigentlich in dem Kapitel von dem Wiederkrist. Und ab dem Koronk 3, 10, will der Wiederkrist, die will auch. Er sagt, er hat sich auch ein Ebenbild und er will haar, dass die ganze Welt soll ihm anbieten. Und wir sehen hier, dass Daniel und seine drei Freunde, die tun das nicht. Wenn er auch gedroht wird, dass er auch ihn übergeschmissen wird. Wir sehen hier, dass Gott beschützt ist. Und das ist selten, was wir sehen, dass er die Trieb soll in der Affenbarung. Dass wir sehen dort, dass 144,000, wo die worden geteckt worden und die worden beschätzt worden von dem König, oder wir können sagen, von dem Wiederkrist, was er wird sein, dass er Menschen soll ihm alle anbeten. Und Gott wird dem beschätzt. Und wir sehen, dass er gleich es selten hier. Hier ist der König, er mag sich ein Ebenbild und sagt, bete uns alle an. Und wir sehen, dass Daniel und seine drei Freunde wurden beschützt von Gott. Nur die Frage ist, wie ist Daniel? Wie sehen nicht Daniel hier? Wie sehen Daniel es noch nicht heran? Was interessant ist, dass er nicht in der Affenbarung sei, dass die Menschen wurden beschützt, was er dem das Bild anbeten soll, und wo ist er gemeint? Der gemeint er es noch nicht. Wir finden in der Affenbarung, dass der gemeint er es nicht tun. Der gemeint es wahr. Wir finden in 1. Thessalonik, Kapitel 5, wo die Bibel von der Rede wird, wo Gott uns eine Entreckung erholt hat. Und so wie glaube ich, dass die Bibel lehrt hat, dass du erst eine Entreckung entkommst, wo Gott seine Menschen, der gemeint, wird erholt genommen worden. Und bei der Antwort waren die 144.000, können wir sagen, denen wird befolgen worden, in der ganzen Welt, das Bild, das Ebenbild anzubeten, was der scheinlich, der wahrer Christ, mocht geworden. Aber der gemeint er es nicht tun. Da werden Menschen sich nur den Betieren, aber denen wird nichts angecheckt, aus der gemeint. Den wird nicht angecheckt, aus Sehns, die Tribulation Sehns. Ich weiß nicht, die Christen von der Triebsel, dort ist der eine Antwort, aber nicht der gemeint. Der gemeint, wie Jesus stirbt, und die 120 im Tempel werden, und die Herr, die Geist, die gute Worte, dort werden, wie es der gemeint gebührt wird. Und der gemeint geht ab, wie die Recke. Dort ist der Tid von Gnot. Und dort ist der Tid, wo die gemeint schaffet hat, und nur dort, wo das sehr viel schwanger sein, und Christen sein. Was interessant ist, dass Daniel nicht hier ist. Und wir sagen, dass Daniel ein Bild von der gemeint. so wie seine dort heißt nicht hier. Heißt Abwesen. Krieg so aus der Gemeint wird Abwesen sein, wann der wahrer Christ wird sein, dort angebetet wurde. So er lese wieder in Vers 2 sagt er, und der chenig Nebuchadnezzar schreckt an die Zertrape, die Stortholder, die Lohnsfläger, die Boerrechter, die Schadsmeister, die Ersatzlehrer, die Reichslehrer, all die Boerbeamte und die Landschaften versammeln, und dort hat sie zum Anwägen von Bild Schämen, dort der chenig Nebuchadnezzar abgerecht hat. Da versammeln sich die Zertrape und all die anderen und es sagt, alle Boerbeamte die Landschaften zum Anwägen vom Bild dort der chenig Nebuchadnezzar abgerecht hat und seine Stünde vor dem Bild dort Nebuchadnezzar abgerecht hat. So wir sehen hier, dass wir bekannt machen, dass die ganze Land ist so als die Wieder Christ befolgen der ganze Welt Ante Bede. So wir sehen in China felt hard dass die Menschen bewiesen dass sie am trü sind. In der Reimische Tid dann wie die China so die wollen hard dass die Menschen so einmal do a kum und am respect wiesen und wir können sein an Bede du musst in Bede die Möse aber Incense schmied den Eben Bild von dem China oder von dem Reimisch China und dann muss die Christe den anbieten dem und die Christe wollen nicht und also war der Verfolgung so wir seien in das der Tid dort sind chines was was in was im Welt wäre von dort wo dann kommen ist first feier sagt und der Herald raubt mit Macht und wird befohlen die Nationen in Sprache so bold die dem Horn der Horn klang die piept die zetter die ho die flieht dem Düdel sagt in allerlei Ort von musik geerde worden zel die doof vallen und das galne bild anbeiden dat die chines Nebuchadnezzer abgericht hat und wer nicht doof hält und anbeid die soll voert in den brennende feioven eingeschmetten worden so das ist ein bevoll was die holle ma wer nicht hält wird voert in feioven geschmet now das interessant dass diese bevoll hat bemaht die menschen wird bemaht do zu fallen und das eben beelt anbeiden und dort ist ganz gleich was wir finden in Offenbarung dass die antichrist oder wieder christen wird menschen bevollen und bemaht am anbeiden das ist das jengel von was jesus steht jesus steht ist anbeiden wie seien in Offenbarung 13 vers 15 sagt es das in am wort geeft und das bild vom ersten tier leben nähen zu geben und das reden kann und das Tierbild nicht anbeiden würde dort gemocht wird so das sagt in Offenbarung 13 vers 15 der wieder Christ wird entwundert und dort wird das bild ontfangen zu reden und wer nicht anbeidet wird angebracht worden so wir sind das woordhaft die anbeiden als freiwillig dort ist Gott bevollen haben wir sollen ihn freiwillig anbeiden wir haben eine Entscheidung wir wollen oder wollen anbeiden oder nicht aber die so tun die will Menschen nicht eine Entscheidung geben die wollen haben dass Menschen sollen mit die wollen anbeiden so wie können sein sind mit denken in die Dagen ist woord die hat das große beeld hat nehmt die hoog nehmt breit und man die will das immer hat leist das sehr schmal nehmt schau auf nehmt schau das hat sie nicht gelogen gelogen ich habe nicht sehr schraum gelogen bet sie ein muck ein mens die warst war aber die hat ist tun und die menschen soll anbeiden wenn sich alles spiel hier dann soll das verurs kommen und soll in gebet sein hat das mensch das bild far sieben sagt dort haben die bild aus die fälke dem hohen klang die piept zatter die hohe die flieb und alle die oder von musik hier fallen alle fälke nach zählen und sprachen durch indem sie das geile bild an beiden das die chines nebuk nebuk gerecht hat wie seien dort in offenbarung kriegt es hier sagt dass wird weit und breit bekannt gemacht in offenbarung drittchen saßt hier und red von wieder christ sagt es das und er bracht dort 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 bed klein ingeruht recht in oren frei oder verkloft ein teken auf der rechte hand oder im stören gejeft wird und dort scheine scheine oder verscheine können die die teken oder das tier sie nur haft oder das so die für sie nur steckt so wir sehen hier dass die dort in der ganze welt wer nicht das nicht mehr haben wer nicht am anbieten will wer nicht will sein die kann nicht mehr scheine die kann nicht verscheine denn wird es durch die verschein die kalldea schimana der toe die jude ans heide und dann wie sie die kalldea schimana kommen und sie die jude verklogen und sie die jungen verklogen und wir sehen in kapitel 2 versche 2 sehen wir dass Daniel und seine drei frinnen worden hege und gestalt aus die kalldea und die sind die die selten werden verklogen sie sind oft gestrich geworden Daniel und seine drei vriend worden hege je hoven und hege gestalt und antwort nicht und ich glaube das steht von dagen nach das kann wenn du sitzt dein frind dein nober oder selbst dein glück das bett das steht dort ein menschen mit sich selbst schaffen das eine mit gut ist das andere kriegt eine größere Art als du hast oder andere habe eine bessere Arbeit als du hast oder was immer nicht ist dass du die zufried stelle ist nur wie Gott die hat hängen sagt und die nicht verglichen mit anderen menschen das ist nicht ein guter ding wir sollen verglichen mit jesus und so es kann schwanger sein sich freien mit dem nächsten als heilen über dem nächsten die bibel sagt dass wir froh sein mit dem was froh ist und heilen mit dem was heilt und manchmal ist das lege dass heilen mit dem als froh sein und so wir sagen heilt sei wäre nicht froh dass daniel und seine drei fremden nach gebraucht werden in polis in vers 9 sagt sie fangen an und seht dem könig lebe ewig so wir dem horn klang die piept die zäpter die haupt die flie dem du sag allerlei ort von musik hier worden do falle in do golden bild an bed saal und wer nicht do fällt in an bed die soll in dem brennender vier oben geschmert worden dort sind jüdische man hier die 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 verwaltung der landschaft babel gestalt hast diese man achten nicht ab die und das gold bild das du ab die rechte hast beden sie nicht an das bevoel Nebuchadnezzer im jrim in oia in Zadrach Meizek und Abba Nege do hand zu bringen und das wurde diese man ver in China gebracht Nebuchadnezzer fang an in zet eind als das auf zegt Zadrach Meizek und Abba Nege dass die meine jette nicht deine und sind zu Tiet da jerem hör dem klang die piept zetter die flit und die doodle sag und alle die what von musik hören worden do falle und das bild an beiden dort gemacht ha aber wenn die dort nicht an beiden soll die fuhrt in den bern der vier oben geschmiert worden und wer hast die Gott der jund ut meine hand rade word so wir sind nicht nach einmal nach einer jelen hat hier und wir sind hier in die letzte port von 4 5 10 sagt wer ist der Gott der jund ut meine hand rade word wir sind nicht hier der könig dat Gott probe und weet ihr was das kreik was die Christ auch dort doen er wird kommen und sich verstalen und sich leg stalen mit Gott die Bibel sagt Matthäus Kapitel 5 Vers 7 sagt du sollst den Harn den Gott nicht auf Probe stalen und wir seien hier dass du so den Haft nicht Respekt für Gott in dem Sinn er stalt ihn auf Probe versast den Zadrach Miesig und aber niger antwür und seien zu dem chäinig Nebuchad wie hole dort nicht verneidig die ein Wort darab zu antwür auf uns geht dem wie deine ans uit den Brennen der vier over rare kann und er wird ans uit dine hand raar oder war nicht dort so saust du weiter scheinig dass wie deine jäten nicht deine in das goldene bild das du abgedacht hast nicht an beid war so das hielt sich nicht wie das hielt sich nicht als wenn sie ganz zatternd und flatterlich für die kleine stehen sie sind ganz brav sie sagen wir haben nicht monär die antwort über das schein war das bis schein allein hat das wie war an die chine ist be verdien bild see the people that forbade of die aata to dine in 2 2 kapitel 20 in 1 4 and as sie sah dass 3 man had this far shoot worden geweest so das ist das die chein ihr schnitzet bild make nicht irgendein glücklich make what bobe am himmel and onger the earth and what onger the butter and onger the earth is du saust die nicht verernt back and nicht dein so die bieber hat ganz klar dass wir nicht haben über denken do wir nicht something was sie nach m bet bet und sein auf das wir wirklich wir was done da was the foods did wir nicht what they would have done I know what channel so think they would have to say we would onger but not really on bet we would not bet either they would have can say we would just a mole done not just a mole and again go what got done either they would have can say we would it not but they did they they were fast stone they were in the poly car they were in the two one of the seven two but they were in the town to here old and all on and I am so am gebracht were when he he not well to the one that you are as it said the re of the one that you are to the back of her and the stone of arm and that they could be and they trust that they did that not so they came to arm and they said that we will bring you wenn du nicht bei uns passt, einmal die Hand schneiden, einmal die Hand zu backen und die Stalt anbieten. Und er sagt, er tut nicht. Er sagt, Gott hat ihn nicht verlassen, wenn er ihn nicht verlassen hat. Er hat einen Polikarp Gott verlassen, wenn Gott ihn nicht verlassen hat. Und sie praten an. Sie sehen, du brauchst bloß ein von den Soldaten und er sagt, dass ein von den Soldaten steht, Polikarp, du kannst die Hand nicht, du kannst die Hand backen und alles, aber du kannst bloß nicht so meine. Nun, wo wird die Lebe, Lord? Und Polikarp steht da nicht. Er ist bloß Gott und er wird ihm nicht verlassen. Aber er bleibt fast stehen. Er stand stark in seinen Glauben. Wo stark bist du in dein Glauben? So stark und so antrieblich können wir sein, so stark, dass wir wollen sind, um einfach stöhnen zu bleiben. Wie können wir sagen, ich kann mich verstehen, dass es viel drückt war. Es war viel drückt für diese drei Männer. Wie können wir sagen, wir sind alle, da war das Spiel gespielt und das ganze Land versammelt und da wurden alle mit Stell geholt. Nun wurde die Stamm von den drei Männer eingereicht gelegt worden und fragst, da waren drei gehandlungen und sie da be. Es war sehr viel drückt gewesen, wobei die blieb stehen. Und wir hätten däunt, wenn er angebraut wird, sie würden nicht er gelegt be. Und es sagt hier, sie sagt dem wir brauchen die nicht mehr want whatever we haben es ganz klar darüber nicht und sie sagen dass Gott die kann uns die hand raten und waren auch nicht da. Sie würden däunen nicht haben be. Sie kann nicht. Und wie sie said Gott wird die an die hand raten und er sagt sie nicht über den vier raten und werden sie nicht an. Und sie wissen dass er ihr raten sein sein hat das kann sein durch den vier verbrennen durch den ankommen aber dann würde ihr nicht mehr sein sie würde ihr rat sein und sein hängen oder sie wird aus vier auf den to bedrückt rade dort wüsste sie nicht. Und so wir seien diese drei jungen die hollen steuke gelaufen. Wir seien in der offenbarung der 144 1000 wurde ihr rat über den wahrer chriss seine hand. Gott wird uns über die hand errat Gott rat der 144 1000 wird die geteg wird über die chriss seine hand. Die Bibel sagt Matthäus 18 vers 18 sagt Jesus der Petrus du bist Petrus und ab dem stein wel ich meine gemeente beue und du in die footer von der hall word nicht ever hand nehmen. Und andere wird hierna sagt du zult tun word nicht ever hand nemen ever die gemeente. Die footer wird die wang in die start start und wird eine foot in die start an jenks und bei die foot da werden die man die ladders in die start die was die foot die weze man die die rode die man die die entschelungen make for die start die woonde die die woonde und so it meint is dat die ganze hall all die 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 zoten in all seine weise jästen woher nicht die choik ever hat nemen die ever treten Vers 19 heen do word nebukon neiser vore en dat ut seine van sinem ongesagt verandert zich jen sadrach meisak en abben neig he fang an he fang an en befo dem over 7 mol meier te hatte os tem hatte neid ich weh en he befo mana de stoigste mana in sin her sadrach meisak en abben n te bin en an dem brennende viel over neinschmied da worden diese mana in er mantel reik in matze in er kleider gebungen en in dem brennende oven neinschmied das interessant dort nicht utgetrack word verdem treit ihre kleider nach med dir es van do en besandras van se in polis die woont geschaft ha die worden wo die kleider ha angehat dat die niet utgetrack word dat we wierd dat we anstringen dat dat poort dat ze niet hit ha wat interessant dat ze die dat hab alles de bus neinschmied en vers 22 dat wordt vorm cheini streng in die over bit die vier flammen brachte die Und diese drei Männer haben sie gefallenen gebungen und sie brennen auf hier oben. Da erschraog der Nebuchadnezzar und er stand schnell ab und fangt an und sieht zu seiner Rotgeber, habe ich nicht drei Männer gebungen und vier geschmiert, sie ontwürde und sieht es im Gewass aus. Sie ontwürde und sieht, schick, ich sage, feiermahne, drei Männer, vier Wochen und scheine Verbrennungs es anend, und dort uitzende von dem vierten Esos ein sehende Jette. Da ging Nebuchadnezzar an, die opening von Brennern auf hier oben, fangt an und sieht, Zadrach, Meisek und Abba Neuge, die Kneise vom Hexten Gott, geht rütt und kommt her. Da ging Zadrach, Meisek und Abba Neuge, uit dem vier rütt. Es ist interessant, dass sie, ich sage hier, die drei Männer im Oven, wir können sagen, die chenig die chenig die chenig die tau, wo die da wird nenngeschmitten, die nur siebter meins, die guren die bahn herum, wir können vielleicht festhalten, dort die hat vielleicht auf innen, hat sie das Halt nenngeschmitten, und boven hat sie die Menschen nenngeschmitten, und dort wie so heit, sie hat es so sehr angehört, mit all den vier, und wir haben sie da Halt, dort wird brandt, das sie hat die manche, wo er ente nenngeschmitten, die 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 gofer brand, über die die sind, wenn Gott In Isaiah 3.40, verse 1. In Isaiah 3.40, verse 1. Dat is wat de Bibel zegt. Dat is wat God zegt. Ik wil bieden zijn, ik wil die beworen, ik wil die beschützen, wenn du best meet. En dat is wat we zegt wat God geeft voor deze drie maanden. God beschützt hen. Wenn zij zijn, zijn. Wie zijn er hier, dat hij gewoon een raam in vier. Ik kom in verstaal, hij had hij nog wat, hij spijt. Alle wat geloot en haalt en alle wat hij gewoon. Dat is een beter tijd als de Chinese. Dat is een bitter stand. En die komen niet meer uit. Verse 4, verse 7. Verse 7. En die weder Christ, wat in Koma is, is eigenlijk niet in control. God is hing in control. Hij kon de handen in vierde, vierdig duzen. En die wat hij wel beschütze, der hem vier van hem waren Christ. Vers 28. Vers 28. Nebuchadnezzar fangt aan en hij zegt. Dat je het volk, jede nation in spraak, wer onrecht rijdt, jenem God, sadrachmesecht en abbenegus, en stekker verhaakt, en dat zijn huis te een melkhoopje gemaakt wordt. Wie al dat hij een andere God geeft, dat hij op zo een oort rijdt kan. So wie zijn er, wo ab en doel, zijn hij eens. Een minuut wil hij naar huis brengen en, 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 wel, we kunnen zeggen, we kunnen, en, 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 een hele leven geven, en wie ze dat niet aan nemen, en wil hij het aanbrengen. En nu afgat een te raad, nu, nu met de ganse wel, plus dit gaat ombeheer. We zijn er voor de chijnig op en doel. Ze is een moest eindwaar en een moest onderwaar. Maar we zijn er hier, dat zij goeie er, charpa, er lief, gaan, te God. En de beboel die het in St. Reimer, Kapitel 12, vers 1, staat er, staat er al zo, Heerlijk, en God wil je verleiden. Daar is wat de beboel zeggen, we zeggen, ons charpa geven, enig, te God. En daar is wat deze drie vrienden doen. Nou wil je ons charpa geven, te God? Wel, dat is een verschillende wees. Eind is, dat uitleven wat God voor die heeft. die reine von eins hat von Berobe wie immer Gott die von dort hat als vielleicht wo Gott die neue hat von wo du bist aber lebe von Gott dort wo du bist studiere die Bibel stuh ab und lese die Bibel die scharbe war liegen blieben schlop nach ihm und nach hal wo stuh und ab stuh und fern und wir können handgeven für Gott und Menschen besieken oder vielleicht viel zu besieken für Menschen beten das in verschiedenen wehen Menschen geben was immer das ist in verschiedenen wehen will Gott die scharbe brücke dat als ein opfer für arm was arm will je verliehen und wir sind hier tot Daniel und seine drei frinnen die 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 bleiben stoßen die die wo hat und die golfen sich hand und sie vertrude sich auf Gott so wir sind hier dass Gott betont sich wir sind in Kapitel 13 dass ein wird er heit ein wird er an gestalt wenn sie wird true wir sind hier dass ein wird fresh an gestalt wenn sie wird true nun das kann sein und leid die fershend hat nicht so felt dass sie betont die true sind wir sagen endlich wird gebungen und vier eingeschmitten wir können sagen kaut wo wir waren true blieben und wer wir Menschen sind wer wir Christen sind was du ein scharpe hand geben und true blieben zu Gott wir danken dir für dein Worte wir danken dass wir lernen von dort und wir beten dass wir können mehr als diese drei Frieren die Daniel hat was ganz falsch stunden blieben ab geworden hat eine verfall ung wird und in endlich wird in vier geschmiert sie bleiben stehen und da können Dinge sein was wieder kommen und vielleicht in der verfall vielleicht sind die familias die nicht können nicht kommen wenn sie Jesus in hat dort ist ein verfall und in vier und manchmal ist vier heute das andere mal und ich bete dass wir stehen für du du hast und wie weiter du bist mit uns die bibl sagt es in 1 3 40 wenn wir durch die streng gehen wenn wir durch die lege gehen wenn wir durch den vier gehen du bist mit uns so wir